Ähm, irgendjemand, der zusammengeflickt werden will, da nicht so richtig eigentlich. Paco-Patient. Ah, doch, alle eigentlich. So ein kleines bisschen. So. Ja, das lief dann doch relativ gut. Wir haben ein paar tolle Sachen abgestaubt. Wir haben... hm... Kingpin getötet. Wir haben Sanlona befreit. Wir sind jetzt in der Lage, mal wieder Zeugs von Tomi zu kaufen. Es ist knallehell hier, aus irgendeinem Grund. Das hier kann ich gebrauchen. Na. Das kann ich gebrauchen. Auf jeden Fall. Oder den denn her. Hä? Wer ist denn einfach so gekauft, oder was? Das geht gar nicht. Warum hat der Alkohol... Hä? Egal. Naja. Ähm, das stellen wir mal eben alles um. Wir haben einen neuen Squad. Wir haben Magic gekauft. Großartig, wie sie sagen. Und... ja. Das wär's eigentlich. Dann, für diesmal, ich warte noch kurz einen Tag, wenn es irgendwas cooles bei Toni gibt. Ähm, ja. Dann, wie ich bereits gesagt habe, werde ich dann erstmal, glaube ich, bis zum Wochenende nicht mehr viel machen. Ähm, aber dann geht's sofort weiter. Und zwar Grum. Und zwar Grum oder Balime. Ich hab's ja jetzt mal gesagt. Und zwar Grum, aber ich glaube, Balime ist cooler erstmal zu erledigen. Oder Grum, ist es an der Nähe. Ich... lass... ich... macht es dann von der... von der... Tages... Stimmung oder so abhängig. Und... Yo! Ja. Point out what it is you are interested in. Oh, Granaten. Hm. Ah, nicht wirklich. Die kann man gebrauchen, aber jetzt nicht dringend. Hm. Let's me see what we have here. There is very good. So. Naja. Ja. Kurz noch speichern. Und das wäre dann erlebe ich. So, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzugucken wieder mal. Und, ähm, bis zum nächsten Mal.